Die Ermittlung in zwei Mordfällen führt die Linzer Polizei zu einer Klinik für künstliche Befruchtung. Wir helfen kinderlosen Paaren glücklich zu werden. Doch mit verzweifelten Paaren lässt sich offenbar viel Geld verdienen. Es kostet zur Behandlung zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Geld, für das man auch töten würde? Wir schaffen Leben, wir töten nicht. Kinderwunsch, der Tatort, Freitagabend im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017